hoffentlich überlebt einer von uns aber ich war auch mittendrin einfach ja heftig schlecht gleich losgelegt jetzt kannst du dann anschmeißen ja das ist das gute du musst dann nicht mehr weg genau ok ja das heißt ich werde dich aufpassen Oh, okay. ja wir brauchen mal ein bisschen anläufen Wer hat es mir nicht, wenn du diesen Special-Move benutzt hast, dann ja. Ich hab's da zu lachen. Ja, da seh' ich, dass Juno auf Eintracht ist. Das ist jetzt ganz gut. Ich hoffe, es bleibt so. Oh, ich wollte schon die Einigungsstelle anrufen. Echt? Der Hetz ist aber auch verdient. Ja. Oh, ich... Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Wir gehen rein, ne? Ja. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh! Es wird vielleicht hochzogen. Ja! Ah, ist das gut. der brauche aber hat mich erwischt gottes herz ziehen wenn er was vorbeist oh danke das heißt es ist ein ist es nicht der Vorsicht, die Welle kommt Ja Jetzt haben wir die Ügeln erwischt Ja Oh, Schaden Ich auch Junge Achso, ja, äh Umgefallen, schalte Jo, super Oh, nein Dann muss man den Kugeln auch ausbauen, dann gehts ja, ne? Ja, wenn man es schafft Ah, danke Oh, jetzt kriegen wir es Komm, 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 komm Ja, ja Jo Ich war mal auf die Fresse und sagt, er ist kurz davor, ja Oh, oh Oh, ha Ach, wer kommt da denn an? Ich sag nicht, die müssen wir jetzt auch noch platt machen Boah Voll die Bäckerrolle Ich habe es geschafft Er ist tot Sie ist tot Hör mir zu Ich kann nicht zurück zur Station 3 Es ist nicht mehr mein Zuhause Und wahrscheinlich war es das auch nicht Aber vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder Mach's gut Erst will sie da nicht weg und jetzt haut sie ab, ey Das ist halt toll Verzinktes Eisen Überragende, verstärktes Eisen Gut für Rüstung Oder alles, was eine Kugel fangen soll Was ist los? Das kann nicht stimmen Unglaublich Du hast es geschafft Nö Applaus Ist der fetter geworden, ihr Stein Oder ist das so eine andere Perspektive? Ich weiß nicht Ich fand auch, der ist so irgendwie dicker geworden Ja So Eigenschaft freigeschaltet Letzter Ausweg Oh Dann haben wir es ja Jetzt vorbei So ein Ding Bei dir kommt auch der Abspann, ne? Genau Und da steht auch Warten auf Host Okay Ja, ich könnte B verlassen machen Ja, also ich mach das auf jeden Fall Oh, warte mal Zack Jo, jetzt sind wir der Station Ich mach mal eine zwei Eigenschaften Punkte vergeben Ich bin irgendwie nicht die Nasch dazu Okay Okay Wahrscheinlich musst du den Stein nochmal anfassen oder so Nee, ich bin einfach Also ich kann gar nichts machen Oh Jetzt steht bei mir auf Warte auf die restlichen Spieler Hm Ja Naja, dann geh ich mal zum Hauptmenü Soll ich nochmal reinkommen oder wollen wir noch kurz das andere Spiel ausprobieren? Ja, ich würde sagen Ja, ich würde sagen, wir können ruhig mal was anderes ausprobieren Also Das haben wir jetzt ja schön durchgezockt Genau Das war cool, ne? Dann mach ich mal kurz den Stream aus Wir sehen uns oder Und dann